Nicht bauchfrei, ab der Schulter bis Mitte Oberschenkel alles bedecken. Macht eine solche Kleiderordnung an Schulen Sinn? Finde ich nicht gut. Die Leute sollen machen können, was sie wollen, solange es niemand anderem wirklich schadet. Ich finde eigentlich, dass jeder sich so präsentieren dürfen soll, wie er das möchte. Doch an Schulen wird immer wieder darüber diskutiert, was Schülerinnen und Schüler tragen sollen oder dürfen. An der Salzmannschule Sömerda in Thüringen hat die Schulleitung jetzt eine klare Ansage gemacht. Alle Schüler tragen keine Bekleidung, die den Bauch freilässt. Außerdem ist der Oberkörper ab Schulterhöhe bis zum Unterkörper, Mitte Oberschenkel bedeckt zu halten. Vor der Kamera will sich von der Schule heute niemand äußern. In einem Zeitungsinterview heißt es, man wolle Mobbing verhindern. Schüler, Schülerinnen seien betroffen. Aufgrund ihrer Bekleidung sahen sie sich massiven Mobbing ausgesetzt. Ein Thema, was uns schon länger beschäftigt und uns jetzt zum Handeln veranlasst hat. Doch hilft ein Verbot von bauchfreier Kleidung tatsächlich gegen Mobbing? In NRW bezweifelt Lehrerin Caroline Lensing von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Nutzen eines Bauchfreiverbots, auch weil es besonders Schülerinnen treffe. Wenn es ausgerechnet dann die Mädchen in ihrem Ausdruck einschränkt, dann ist das grundsätzlich problematisch. Auch wenn dann die Begründung kommt, ja, das ist nicht angemessen, weil zum Beispiel die männlichen Schüler sich davon abgelenkt fühlen. Da muss man doch vielleicht sich auch darüber unterhalten, dass männliche Schüler auch da einen anderen Blick auf die Mädchen bekommen. Ganz ähnlich sieht das auch Elias Bahler von der LandesschülerInnenvertretung NRW. Bauchfreiverbote, sagt er, würden das eigentliche Problem quasi verschleiern. Sollte man nicht viel eher darüber reden, wie man denn nicht mobbt, wie man respektvoll miteinander umgeht, oder machen wir jetzt, das ist ja schon durchaus ein autoritärer Schritt, wir ordnen an, wie sich Menschen anziehen sollen. Strikte Kleidervorschriften wie ein Bauchfreiverbot seien ein Eingriff in die persönliche Freiheit von Lernenden und würden weder Mobbing noch andere Übergriffe verhindern, erklärt auch Genderforscher Dirk Schulz. Es kann nicht sein, dass es für Männer in Ordnung ist, übergriffig zu werden, Grenzen zu überschreiten und für Frauen sich ständig Gedanken darüber zu machen, was sie anziehen, weil es als Einladung missverstanden werden könnte. Jeder, betont Dirk Schulz, habe das Recht, sich frei zu entfalten, auszudrücken, auch über seine Kleidung. In Thüringen, wo die Ferien schon vorbei sind, hat die betroffene Schule heute Nachmittag online ihre Kleiderordnung zurückgenommen. Ab morgen dürfen Lernende dann wohl auch wieder bauchfrei am Unterricht teilnehmen.